Kalligula Isis liebt uns sehr Wir haben alles, was man sich nur wünschen kann Warum macht dich das nicht glücklich? Glücklich? Ein glücklicher Imperator auf dem Thron von Rom? Das wird es niemals geben Von heute an Wird für euch eine neue Zeit anbrechen Es gibt mich seit der Morgendämmerung der Menschheit Und es wird mich weitergeben, solange bis der letzte Stern von mir gefallen ist Ich bediene mich der Seele und des Körpers des Kalligula Also bin ich Mensch und ich bin doch kein Mensch Und deshalb kann ich nur eines sein Ein Gott Musst du deine Verachtung für deine Bestimmung wirklich jederzeit so zur Schau stellen? Ich hasse den Senat von Rom Warum hast du dich vom Senat zum Gott erklären lassen? Solange sie mich fürchten Können sie mich auch hassen Jetzt fing der Spaß überhaupt erst an Oh Gott, jetzt hast du dich? Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020